Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute probieren wir auf jeden Fall die 3000 Trophäen auf diesem Account zu schaffen. Ich denke auf jeden Fall, dass wir das schaffen werden. Es sind drei Runden oder so. Wir werden auf jeden Fall für die entscheidenden Runden Solo-Showdown spielen. Dann spielen wir auf jeden Fall noch eine Runde mit Jackie. Wir haben noch eine Quest, wir müssen Schaden machen. Und können sie dann auch auf 200 Trophäen spielen. Ähm, also noch eine Runde, wenn wir jetzt erster werden sollten. Ist möglich. Ja, und drehen wir rein. Auf jeden Fall auch echte Spieler. Die haben so ein Profil, ähm, also so eine Kampfkarte gemacht. So Nita rausnehmen. Und dann gehen wir in die Mitte. Es war nicht so schlau, weil wir sind erst voll spät. So Nita rausnehmen. Voll, ich bin voller Abstauber gewesen. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich sterbe. Ich habe auch gerade eine Zehna. Sieg am Start. Hör mal auf abzustauben Boah, was ein dreckiger Abstauber Wir müssen mal ein bisschen Schaden machen, aber wir wollen ja erstmal nicht zu hoch von den Trophäen spielen. Und dann machen wir die letzten zwei entscheidenden Runden. Bis wir jetzt leider mit Bali spielen, so leid es mir tut. Aber ja dann haben wir auf jeden Fall auch die 3000 Trophäen. Dann fehlen uns nur noch zwei Runden und dann würde ich sagen, wir rein in die noch nicht entscheidende Runde, aber die vorentscheidende Runde oder wie man auch immer sagt. Jesse ist fast tot. Dann können wir auf jeden Fall das 1-0 schießen. Ja und wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das ist ein einziger Klick und supportet mich riesig. Mein Ziel ist es die, naja 1000 wäre schon ein Traum, sag ich ehrlich, aber erstmal 500 Abos, wäre auf jeden Fall cool. Ja, vielleicht mache ich da auch einen Livestream für, das werden wir dann sehen. Ja, aber es wäre auf jeden Fall sehr nice, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Müsst ihr natürlich nicht, aber damit gehen wir auch rein in die entscheidende Runde für die 3000 Trophäen. So, also wieder Bots müssten wir eigentlich haben. Dann haben wir auch Bo, 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 Bo. Hat ja glaube ich mehr Schaden bekommen. Das ist schon ein bisschen her, aber ja. Boah, schade, ich dachte ich überlebe. Naja, okay, dann ist es 1-0. Du, Sia. Da. Bumm. Bumm. Halt ich vielleicht bisschen weiter nach vorne platzieren können die Ulti, aber. Hach. Alta ist ja dumm. Ich bin doch so... Warte guck der mach ich's auch... Nur besser als der. Ich wollte nenn runter pin, sondern die zin... äh jetzt sind die zin ein Pinder. aber damals haben wir die 3.000 trophäen in pro stars auf dem account geschafft auf unserem video play account sagen wir es jetzt mal so und als nächstes schalten wir einen mythischen frei und danach auch ein legendären so tarajin oder max ich finde max davon so am besten ich kann verstehen wieso ihr auch taraj genommen hättet aber ich feier max persönlich mehr aber wir können upgraden so wir haben tick wir haben was neues im shop wahrscheinlich so ein 3000 trophäen angebot aber das bringt uns jetzt nicht so viel denn wir laden nicht für 10 euro auf denn es ist ja der video play account um und dann können wir uns jetzt nicht mehr aber wenn ihr wollt dass ich noch einen brawler hochpower und dann können wir bis hin rank spielen dann schreibt das gerne in die kommentare rein so dann spielen wir als nächstes können wir auch eigentlich bei bali erstmal bleiben und dann spielen wir ein bisschen brawl ball ja wir machen wir haben ja auch glaube ich eine 13er win streak die ich jetzt im besten fall nicht verlieren geil und wenn ihr mehr boysters videos von mir sehen wollt dann lasst ihr ein like und ein abo da das ist jetzt auch der dritte part von diesem account wir werden natürlich sicher gewesen aber trotzdem machen die das da oben jetzt wir haben ja dann bleiben wir erst mal wieder machen wir erst mal ein paar quests wir haben ja nicht genug ich will auf jeden Fall gucken dass wir mehrere gleichzeitig machen sehr viel mit ms sehe ich hier dann spielen wir ja auch ms mit ms haben wir sehr viele quests ja dann machen wir ein paar quests dann kriegen wir auch ein paar neue Sachen im brawl pass und dann können wir so ein mini opening machen ein paar credits oder so aber ich halte mir gerade der mx frei da brauchen wir schon ein paar credits ich mach auch mal ein bisschen schaden schade schade schaden ich mach auch mal alles mögliche was geht ich mach auch mal alles mögliche was geht juli juli was geht ich war es den kill haben wir fast noch bekommen haben wir jetzt auch ich habe ich habe aber damit haben wir das Spiel auch gewonnen Spaß gehabt ja so wir müssen schaden haben wir geschafft dann müssen wir schaden dann müssen wir Filz machen und um noch Runden gewinnen Runden wir sind neun Minuten in der Aufnahme und haben auf jeden Fall schon fast 100 Trophäen heute plus gemacht das geht ja auch ganz schnell wenn wir auch so laut Trophäen spielen aber übrigens nicht wundern wenn meine Maus ab und zu mal nicht in der Kern drin ist das passiert sonst nicht alles drauf und ich glaube die Gegner sind wieder echt wenn euch das Video Play Projekt hier gefällt dann könnt ihr auch gerne ein Like und ein Abo da lassen habe ich glaube schon gesagt aber es würde mich wie gesagt sehr 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 doll freuen und so ja keine Ulti der Frank ist so sich immer schienen ich was macht Kanzi Kanzi nach Berlin wie auch immer das besser Zeitpunkt weil ich ich habe gerade m Osterferien wo ich das gerade aufnehmen und das beste Zeit ein paar Videos aufzunehmen und denn für euch rauszubringen also ja pass pass rubelle ich hab dort oh mein g oh hell no Ja, perfekt. Ja. No, wir hätten zwar eh gewonnen, aber auf sichern nochmal. So, acht Gegner haben wir noch getötet. Warum auch immer wir hier, ne? Weil dann müssen wir noch vier Gegner töten und noch dreimal gewinnen. Ja. Dann machen wir das mal kurz. das ist jetzt nicht mehr so Spann was ich kommentieren könnte was haben wir auf jeden Fall schon mal ein Spiel gegen so zwei Echt-Spieler da muss ich bisschen mehr drei haben ich hab zwar absolut keinen aim ich habe die Kasseler zum Tor der Poco kommt da zwar nicht durch aber die anderen zwei Mädels sind ja auch noch da ich werde deswegen nicht meine Streak verkaufen warum stirbt er nicht? wie oft soll ich die Taste dann drücken, Alter? warum macht unser Edgar eigentlich nichts? ich hab's nicht, dass er aufmacht, weil es geht ja sowieso auf, wenn er oberteilen muss ist ja auch ein bisschen in und dachte er Boah geil geiles Spiel aber kann man spannen spannendes Spiel spannender als die anderen Spiele das war ein geiles Tor wir haben auf jeden Fall die nächste Stufe im Brawl Pass hätten wir den Pass dann hätten wir hier die Powerpunkte die wären geil dann können wir mal ein paar Brawler wieder hoch upgraden dann haben wir noch ein paar Brawler auf Power 4 und Power 5 aber ich würde erstmal alle Power 5 machen und dann auf 6 oder so aber das können wir ja noch sehen auf jeden Fall würde ich erstmal alle auf Power 5 Upgrade Junge sind die doof oder so warum ist er direkt durchgekommen dieser Daryl ja nicht nochmal was macht was macht dieser Typ was macht dieser Typ war geil der Lapsteen 1-1 aber das gefällt mir dass wir mal so ein paar spannende Spiele haben 2-3 2-3 3-3 4-3 und 2-3 3-3 2-3 3-3 es ist so ein Tablet wurde auch zu spielen auf dem PC man spielt eiskalt abgestürzt was passiert hier jetzt ich werde komplett gehackt wir warten mal kurz das ist jetzt kurz Black Screen aber das haben wir gleich wieder so, dann gehen wir wieder in Brawl Stars rein ja, 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 ja man funktioniert mal jetzt wieder Junge Profil haben wir bekommen, oder? ja, haben wir so, jetzt müssen wir noch einmal gewinnen dann kriegen wir nochmal 1000 XP und kriegen nochmal die nächste Stufe im Doll Pass und dann öffnen wir die drei Sachen erstmal wo die Ecke waren Goldspieler okay ja, aber Goldspieler sind schon besser als Bots auf jeden Fall war auch nicht jetzt die besten Spieler Lauf doch rein let's go, Mutter, Mutter oh geil bei der Auto-M gedrückt hat wahrscheinlich und genau da ist er zum Bot geworden wo wir ein Tor hätte machen können schade schade aber das glaube ich auch zum Bot geworden dieser Messi ziehen na, ich muss sagen, ich mag Ronaldo mehr als Messi die natürlich jeder anders Och Mann der hätte so ein Tor werden können aber dann ist er da am letzten Millimeter noch abgeprallt gebounced und schon ist echt diese Ping-Pong-Maps aus diesen 12 jetzt haben wir jetzt diesen 24, glaube ich ich schieß auch genau dahin, wo das oder Respond, ne O O O O O O O Steu upp O O O O O O damit haben wir 200 Trophäen mit Ems und auch die beiden Quests noch geschafft und auch einen 19er Windstreak sogar ich wie gesagt ich mache keine Windstreak Folgen mehr zwei Star-Rops haben wir hier selten noch mal Powerpunkte und noch mal 1000 Powerpunkte und Star-Rops ich habe keine Powerpunkte bekommen ist es genug aber dann machen wir jetzt mal nach Power-Level und Grain mal ein paar Dinger hier ab Power4 haben wir sogar einige nur dann will ich Mordes noch hoch machen und das war's auch das ist halt nicht so schlimm wenn wir zwei Baller erst mal nur Power4 haben meist Trophäen wieder aber die müssen wir auf jeden Fall alle auch noch hoch spielen 200 Trophäen mit Ems haben wir hier geschafft dann spielen wir jetzt in Bali hoch da habe ich das Gefühl dass wir auch unsere Flüge dadurch verkacken werden unsere Siegesserie aber mal sehen wenn wir jetzt nicht gegen so Trihaler spielen auf jeden Fall sind unsere Mace keine Bots auch wenn sie eh so schlecht wie Bots spielen weil ich kann ja auf dem Tablet kann ich ja besser spielen als auf dem PC ich bin ja eigentlich mal auf dem Tablet aber auf dem PC habe ich halt auch und da ich ja so eine Videos mit Handcam mache passt auch eigentlich ganz gut und dann haben wir auch das 1-0 eine die 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 20er Street Handwerden glaube ich durch das 1-1 oder ist gut spaß gehabt ja 20 noch ein sieg für die 3100 pokale da kriegen wir noch mal einen start den wir dann auch öffnen können ich hoffe wir haben ein glück dass wir vielleicht ja gut wir haben noch genug lower brawler wir sind sowieso alle low 200 ist nicht hoch nach dem hauptaccount habe ich alle über 650 pokale aber naja ihr wisst ja was ich meine mit low also null trophäen für den account hier die k unterstrich 1 0 hat vorgemacht so wie duf kann man nicht sein okay 111 trofäe noch mal mit bali den star drop selten na ok dann war es das jetzt würde ich sagen mit dem video haut rein tschüss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020